Willkommen in Pilsen, der europäischen Kulturhauptstadt 2015. Lernen Sie Ihren Reichtum kennen, kosten Sie Ihre Atmosphäre aus. Pilsen ist eine dynamische und moderne Metropole in Westböhmen. Als viertgrößte Stadt in der Tschechischen Republik nimmt sie nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Industrie, im Handel und in der Bildung eine dominante Stellung ein. International wurde Pilsen insbesondere durch ihren Maschinenbaugiganten Skoda und das legendäre Pilsener Urquell bekannt. Die traditionelle Herstellung des weltberühmten Bieres können die Besucher bei den einzigartigen Brauereiführungen bewundern. Das helle Lagerbier Pilsener Urquell hat bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als die heute berühmte Brauerei gebaut wurde, einen unvergleichlichen Geschmack und Pilsen etablierte sich so als internationale Biermetropole. Der historische Stadtkern ist ein Bild der Pilsener Geschichte. Vertreten sind hier die verschiedensten architektonischen Stile, von der Gotik bis zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Die Dominante des historischen Stadtkerns ist der quadratische Platz der Republik. Pilsen ist zu Recht stolz auf gleich mehrere architektonische Kleinode, zu welchen zum Beispiel das Renaissance-Rathaus aus dem 16. Jahrhundert, die gotische Kathedrale des heiligen Bartholomeus mit dem höchsten Kirchturm in der tschechischen Republik oder das Franziskanerkloster gehören. Ein einzigartiger Ort mit einer unverwechselbaren Atmosphäre ist die große Synagoge, eine der größten der Welt. Nicht weniger attraktiv sind auch die Gebäude der Kulturinstitutionen, die ehemaligen Fleischläden, heute der Sitz der Westböhmischen Galerie oder das Gebäude des Westböhmischen Museums aus der Neorenaissance, wo man viele interessante Ausstellungen besichtigen kann. Den Background für Kulturaktionen bildet das sogenannte Bürgerhaus im Sezessionsstil und vor allem das J.K. Thiel-Theater, welches Erfolge sowohl zu Hause als auch im Ausland feiert. Sie können dieses berühmte Pilsener Theater aufsuchen, um eine Oper, ein Drama, aber auch eine Ballettvorführung oder ein Musical zu besuchen. Die gemütliche Atmosphäre der Stadt genießen sowohl Ihre Besucher als auch Ihre Bewohner in den anliegenden städtischen Gärten und Parks. Die Parkanlage, die den historischen Stadtkern umringt, bietet auch eine Unmenge an Möglichkeiten, mit Freunden gemütlich bei einem Kaffee, bei gutem Essen oder bei einem Pilsener Bier zu sitzen. In Pilsen fließen vier Flüsse zusammen. Es ist ein idealer Ort für Spaziergänge, Fahrradausflüge und viele weitere Sportaktivitäten. Sport ist ein untrennbarer Bestandteil der Pilsener Kultur. Auf höchstem Niveau wird hier Fußball und Hockey gespielt. Populär sind aber auch andere Sportzweige, zum Beispiel Schießen oder Handball. Die westböhmische Metropole denkt auch an die Kleinsten. Zu jeder Jahreszeit erwartet die Kinder jede Menge Unterhaltung sowie Attraktionen, sei es im Zoo, im Dinopark oder im Gespenstermuseum. Mit der Wissenschaft machen sich die Kinder auf unterhaltsame Art im Techmania Science Center bekannt. Neben unterhaltsamen Ausstellungen aus dem Bereich der Wissenschaft, bietet Techmania auch das modernste 3D-Planetarium. Berühmte Restaurants mit traditioneller Küche locken zu einem gemütlichen Beisammensein. Gemütlichkeit und Komfort bieten unzählige Hotels und Pensionen und dies im unmittelbaren Stadtkern. Auch das Nachtleben in der berühmten Bierstadt bietet eine Reihe kultureller und gastronomischer Erlebnisse. Kommen und genießen Sie Pilzen!